okay so dann starten wir doch mal und zwar wir haben ja das letzte mal habe ich ja aufgehört weil ich so krass müde war und mich das spiel dann so genervt hat sind wir dann ja schnell weggegangen aus abdamm aber wir müssen sowieso noch mal dahin weil da ist irgendwie das archiv was aber nur am nachmittag irgendwie irgendwas ist deswegen gehen wir jetzt noch mal hin dankeschön für die hype train vielen vielen dank dankeschön so wie lang bin ich schon hier ich weiß dass du es weißt also raus damit keine spielchen 17 jahre okay was ja du bist in den 50ern von der insel geflohen und dann freiwillig mit uns zurückgekehrt warum hätte ich das tun sollen du konntest nicht anders dir gefällt es mir fuck wie findet ihr das wenn sich ein tag immer wiederholen würde ja 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 so was wir also wie fände erst wenn 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 sich jeder tag ein also jeder tag sich wiederholen würde aber ihr ich habe euch zu ende gefragt aber ihr quasi euch an das erinnert was ihr quasi die tage zuvor gemacht habt und dass ihr beispielsweise dieses mit dem anreichern könnt also genau also das beispielsweise ihr anreichern könnt das ein spiel ich bin doch ich bin noch nicht drinnen leute ich bin noch nicht drin der doof wenn wir das hier deswegen verlieren wir haben irgendwas mit dem geschenk gerade eben gehabt ich weiß aber nicht was irgendwas mit einem geschenk ich denke selbst die von dir schauen bis zu mir das schon scheiße was was ich werde es nicht z z z z z z z z Das war's. Ah. Achtung, in 10 Sekunden gibt's Werbung. Jetzt. Für wen sind doch nur Katzen hier. Das ist auch nicht für wen, für wen ich die Werbung schalte. Keine Ahnung. Ach guck mal, die Werbung läuft. Ich seh auch wie lange die Werbung läuft. Das heißt, ich mach jetzt gerade nichts Wichtiges für euch. Natürlich im ersten Stock, oder? Ich mach einfach wieder Werbung für Subs an. So. Ihr drückt euch alle. Ich bin hier mit einem der Weißkittel des E.ON Projekts. Doktor... Äh, Doktor Krischczyk. Der erste Tag T-18 Wochen. Dokumentiere meine Vorproduktion. Nur für dich, Julia. Also die große Frage. Wann richten Sie meine Stimme? Mr. Spicer, ich habe hier die Ergebnisse Ihrer Untersuchung. Meine Stimme, Dok. Sie kennen doch meine Hits. Dieses Tom gepasst nicht zu den samtigen Tönen auf Vinyl. Ewiges Leben. Für immer. Comeback-Tour. Also los! So funktioniert das aber nicht. Dann hab ich's mir auf meiner letzten Tour halt ein bisschen gegeben. 80 Nächte, 85 Städte, 3 Zeitzonen und viele, wirklich viele Drogen. Aber wofür hat man E.ON, oder? Auf ewig, Junge. Frank, ja. Sie haben das Organ eines Engels. Und die Organe eines Mannes, der doppelt so alt ist wie sie. Sehr geil, oder? In der zeitgesteuerten Umgebung von E.ON werden sie nicht jünger. Doch sie fügen da Worte zu setzen zusammen, die auf wenig Gefreien bei mir stoßen. Ihre Stimme bleibt ihre Stimme, Mr. Spicer. Sie wird nie mehr so wie... Boah, das war voll laut. Äh, äh, Mr. Spicer? Danke, Shady Cup, für fünf Monate. Und scheiß auf Sie! Aufnahme Ende! Vielen Dank! Warum war das so laut? Elika hat uns jetzt alle wachgemacht. Oh Gott, sorry. Moment, ich muss noch mal kurz testen. Warum ist das so laut? Ach so, weil ich es nicht gespeichert habe. Okay, jetzt. Okay, sehr viel besser. Noch ein bisschen lauter. So. Wer klopft denn? Hier rein. Wer ist da? Ah, ich weiß, warum das so laut war. Okay. 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 so gut soundcheck 123 jetzt sind alle wieder wach ja ich habe es hat die imperatorin nicht geweckt schön dass du da bist 60 sekunden juliana blake wie teile ich mir meine zeit bei so vielen unglaublichen leidenschaften ein ich teile mir meine zeit immer gut ein aber der tag hat einfach nicht genug stunden ich kann es kaum erwarten endlich viele davon zur verfügung zu haben angesichts meines unfassbaren erfolgs was bedauere ich zutiefst ich habe einige brücken eingerissen um herzukommen nur eine davon hätte ich gerne noch in takt gelassen ist auch laut ne dankeschön annika für fünf geschecks abs vielen vielen dank dankeschön danke 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 vielen dank für den support dankeschön so ich höre jetzt ich höre jetzt halt das erste mal die die alerts zum spiel deswegen sorry dass ich jetzt noch ein paar sachen einstellen muss konnte ich gestern habe ich vergessen zu testen das hätte ich testen können habe ich aber vergessen so okay so sollte in ordnung sein dankeschön ob das hier heute noch mal geknackt wird ich traue ich alles so menschheit aber warte wann wurde mir klar dass ich eine größere weitsicht als der rest der menschheit besitze ich liebe das geschriebene wort damit bin ich auf blackreef wohl kaum alleine welches buchlied oder stück spricht mich am meisten an ein buch ist wie diese metapher darüber dass man nie zweimal in denselben fluss steigen kann in diesem fall ist es der leser der sich verändert hat für lieder gilt das gleiche aber ich muss sagen raubvögel ist schon was feines das musste ich unbedingt nach der brief mitnehmen manche haben komplizierte elektronik ein ganzes tonstudio oder einen unendlichen vorrat an süßigkeiten mitgebracht für einfach nur froh dass ich meine bibliothek habe als eines der größten lebenden genies weltweit genieße ich es dass meine arbeit endlich im rampenlicht steht das ist für mich auf jeden fall neu ich werde das beste aus der verantwortung machen die man mir übertragen habe ich schon gehört hey hey voll ein jott cold und ich teilen deine bedenken die meisten dieser armen leuchter die eon auf die insel geschafft hat haben nicht alle tasten am klavier aber es kann eben nicht jeder so brillant sein wie dr wangie die meisten leute bringen es nicht mal auf igor niveau anführer brauchen leute die ihnen folgen sonst wird das ding von vornherein der bauchlandung so ist es einfach einfach mal frank vertraulich mlw exd oha mitteilung für katrin fischcheck oberste forschungsbeauftragte td warf station betrefft rr k zugang auf befehle des feldmarschalls haben sie einen hauptschlüssel für die rk anlage in obdamm erhalten der hauptschlüssel lautet forke der inhalt dieser nachricht ist streng vertraulich der feldmarschall hat sein besorgnis darüber zum ausdruck gebracht dass ein einziges audioschloss angesichts der wichtigkeit und empfindlichkeit der darin befindlichen ausrüstung eine unzureichende sicherheitsmaßnahme darstellen könnte über das kommunikationsbüro in der jassen station können sie ihm ihre gedanken dazu mitteilen victor rasnik major ich weiß wo du dich versteckst du bist dein versteck ist nicht zu übersehen ich weiß was du tun wirst bevor du es weißt such dir besser eine leiter es gibt keine leiter oder das rak untersuchen ding 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 aber hier ist doch bestimmt noch irgendwie was oh hey sierra muss ich ja das heißt ich muss wieder jetzt die tunnel ne ich doch nicht ok finden wir raus was in diesem reich ist rech es hat sich was neues ergeben general laut meinen männern nimmt die energie der anomalie bereits vor dem tag der präsentation wieder ab also müssen wir den plan um sechs wochen vor verlegen sonst sinkt die wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen risses auf 16 prozent das rag team kann es innerhalb dieser frist schaffen wenn es den schleudersitz das lebenserhaltungssystem und die dämpfung der lande vorrichtung streicht der pilot lieutenant er wurde hierfür ja befördert captain cold waren informiert und ist weiterhin auf alle fälle mit an bord mit anderen worten wir ziehen das durch vielleicht können sie die kommission ja damit beeindrucken bitte entschuldigen sie dass ich sie nicht sofort informiert habe aber ihr telefon wird vermutlich abgehört oder strom steckt sei grüßbürger im falle von feindlichen überfällen einem katastrophalen systemausfall dem kollaps der anomalie oder anderen notfällen dient die generator generator station komplex als riesiger sicherungsschalter von dort aus kann der strom zu den folgenden anlagen abgeschnitten werden die dewarf jasen so war ak andere anlagen von operation horizon verfügen entweder über eigene generatoren oder sind als örtliche stromnetz angeschlossen der strom kann über den hauptstrom regler im kontrollraum der generator station wieder angeschaltet werden der code für den hauptstrom regler lautet 450 diese informationen sollten verantwortungsvoll behandelt werden und nur bei bedarf weitergereicht werden für das mutterland klar dass ich hier nicht rein sollte dann versorgen wir mal die anderen stationen ich will wissen was wo heißen da versteckt ja wir müssen jetzt wieder morgens in die generator station und dann da 450 eingeben aber ist das hier nichts das heißt wir müssen jetzt den rest des abends mit was anderem verbringen aber beginn des nächsten loops solltest du uns an deinen gedanken teilhaben lassen für wen wir schon eine todeslösung haben und was noch fehlt hat sonst schwierigkeiten wieder die gesamte reinzukommen das obwohl ich immer sehr gut aufpasse klar also im endeffekt weiß ich das doch weiß ich das doch überhaupt gar nicht dankeschön alissa für deinen sub vielen vielen dank dankeschön für drei monate vielen dank die quatsch dankeschön für ein geschenks ab an askira für askira drei monate also ich habe noch keine ahnung wie wir wie wir wen effizient umbringen tatsächlich also wie ich das hinbekomme dass ich alle gleichzeitig töten kann in einem loop ich weiß dass ich frank dass ich frank und eugene und alexis hier in udam töten kann zur gleichen zeit was ist denn was ist denn das geht bestimmt auch noch okay scheiße hier Kann ich da rein und dann kann ich mich da hinschießen? Ja, wir quatschen, wir quatschen da gleich, gleich drüber, bevor wir in den nächsten Loop gehen. Jetzt gerade würde ich gerne da hinten das Rätsel lösen mit dem versteckten Tresor. Ja, wir quatschen da, wir quatschen da. Oh, ich weiß gerade nicht, das hier, wir haben ja hier, guck mal. Theoretisch ja, theoretisch ist auch Harryts kleiner Club ganz normal, theoretisch. Dein Carlsbucht-Scheiß hat hier nichts zu suchen. Das Ding hier macht uns heil, und zwar so richtig. Ich bin ganz ohr. Wer zuletzt ohnmächtig wird, darf zuerst ins Zimmer. Ich wusste es, du machst aus allem einen Wettstreit. Nein, nein, mir gefällt, wie sie denkt. okay also wir haben ja hier hier diese codes wir haben einen code haben wir den hier aber wir brauchen auch die anderen und hier ist eine die masken sind alle präpariert und eine davon ist safe das heißt wenn ich morgens hier hingehe die maske die safe maske woanders hin leite vielleicht kriege ich dann die anderen codes wenn ich herausfinde wo kassandra ist oder so bei kassandras code haben wir ja ich war nicht so kopfschuss aber es hat gereicht hat gereicht ein ein verschwindung bei mir kommst du nicht vorbei Wow! Mach dich doch nicht! Oh! 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 Wenn bei dem Spiel eigentlich die alertiven Trigger benutzt, ja. So, das hier wollte ich machen. Wollte ich mir abholen? So. Und dann? Wo sind wir denn? Wir sind hier, ne? Gerade? Hier irgendwo. Das heißt, in der Bibliothek da ist einer und da ist was, oder? Um den Code hier rauszufinden. Moment mal. Stehen die Eckpunkte für bestimmte Orte relativ zur Ausgangsposition. Ja, tun sie. Ich habe das für das erste Zeichen gelöst. Mist, wenn ich das nicht vor dem ersten Tag löse, muss ich das Ding jeden Tag wieder öffnen. Aber was, wenn das ist, wenn das was ist, das ich jeden Tag wieder öffnen möchte? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. so, als ob ich die nicht deutlich gehört hätte. Es war eine Mine. Liegt hier irgendwo rum. Ja. Ich würde das, ich würde das Rätsel gerne lösen. Aber ich habe irgendwo ein Leben. das heißt. Ich gehe. Guck mal. Warum ist jemand? Das Selpulscha, was? Was? Was sind das für Sachen? Charly hat auf der unteren Straße das Courage eingerichtet. Eine laserbespiegte Mischung aus Herausforderungen auf Zeit. Da gibt es einen Preis zu gewinnen und einen fetten Preis. Was ist das? Das ist das, oder? Hallo. Ist da jemand? Bewegt sich da noch wach. Hoffentlich nicht cold. Brauche ich nicht. So, Moment. Wir gehen jetzt erstmal. Ich meine, das können wir ja auch noch was anders machen. Das hier ist sehr interessant, finde ich. Mit der Kanone. Also. Zuschtest du auch noch? Wir gehen jetzt noch so. Ich bin jetzt schon jetzt mal. Ich weiß, dass wir dann wiederum. Das hier ist ja schon schon mal. Ich weiß, dass wir das hinbekommen. Und wir gehen jetzt mal. immer glaube ich das risiko nein ich will nicht von vorne anfangen ehrlich hier los ok ok wir sind ja schon zweimal gestorben so und zwar sind wir gerade also wir haben noch wir haben noch gar keinen noch noch nicht so wirklich herausgefunden wie wir alle gleichzeitig töten können ah hier ist ein geschenk okay irgendwer hat aus der wohnung obersten stock der backstube geschossen auf mich geschossen das ding klang heftig okay weder zu hause noch im büro juliana sitzt auf der antenne die den loop antreibt man könnte meinen sie will mich nicht sehen ich brauch das weg um sie zu kriegen aber es ist in einer passwort geschützten kammer und hier gibt es eine menge staubiger alte bunker na dann mal los so also wir haben wir haben herausgefunden dass wir also wir müssen franks wir müssen franks franks schwäche herausfinden um ihn quasi mit den feuer mit dem feuerwerk töten und wir müssen das feuerwerk vorher manipulieren aber so dass frank das halt nicht merkt oder nicht schafft es zu regeln dann dieser eine wissenschaftler den können wir wenn wir dem sein signal abfangen dass er es überhaupt gar nicht bekommt dann geht er zur party von alexis und da könnten wir ihn mit alexis zusammen töten genau wenn sie ist morgens da ja wenn sie ist morgens im komplex das problem ist dass die andere heißt sie noch mal die hier die mit dem gas die ist halt auch morgens in da wo sie ist deswegen keine ahnung wie wir sie irgendwo hinbekommen wo wir hin müssen exo box im dreieck war ein schwarzer kreis leicht ist da ein bunker den wir suchen ja also ich hätte ja geguckt aber ich war ja gerade noch mal gestorben so dann haben wir noch nicht gemacht dass hier mit finn mit finn wie heißt die finn finn ja und charlie weil die können wir nicht auch zusammen töten 44 heißt die 4 und charlie die können wir nämlich auch zusammen töten am nachmittag so wir müssen nicht extra extra charlie noch töten 4 und charlie können wir zusammen töten am nachmittag am abend können wir zusammen töten frank und alexis und den wie heißt der nochmal der eugene wie heißt der der igor genau igor alexis frank können wir am abend töten am nachmittag können wir töten 4 und charlie mit jetzt müssen wir nur gucken mittag und morgen und wir müssen gucken wie wir an juliana rankommen aber wir haben noch nichts so geregelt dass das alles funktioniert wir wissen halt nur ungefähr was kohler gesagt hat er meinte ja hier wenn wir bei igor den das abfangen dann geht er zur party aber wir haben noch nicht herausgefunden wie wir es abfangen können beziehungsweise das teil ist unsichtbar genau wir haben noch nicht franks schwäche herausgefunden das ist halt ein bisschen nervig so wir müssen erst mal ganz kurz gucken, was ist am Abend? Guckt mal, wir haben hier Oh, das ist normal Also mal, guck mal ganz kurz was ist hier? Was ist hier? Ah Ah Amador hat seine Massenwehrschaft geschlossen um Harrys Ritual das Opfer zu spielen Wenn er tot ist, komme ich da nicht hinein Das kann ich auch sicherlich verhindern Sag ich mal, ist das für Nacht? Okay, Moment mal Äh, wir gucken mal ganz kurz ob wir hier reinkommen ob das Nacht ist Ja Patsache Dann gehen wir da hin Gehen wir zur Karlsbucht Musik von dem Spiel ist einfach übelgut Kauf mir das nächste Monat direkt Das Spiel ist auch richtig, richtig gut Wirklich Also Keine Ahnung Es gibt kein vergleichbares Spiel wie dieses Du glaubst nicht ernsthaft an dieses ganze Ehrengedöns, oder? Äh, und hatte hehre Ziele Die Erhaltung der hellsten Köpfe der Gesellschaft Ist das ein Kompliment? Du bist Kontrollfaktor Kontrast Ich bin also kein Soziopath Ein reiches Arschloch Nicht reich Er war noch nicht nachts hier, ne? Ich bin sicher, dass das keine Bombe ist Das ist doch Wir sehen, die ging schon rum Einfach So, ich, ich weiß was Nein Hast du nicht bekommen, was du wolltest? Und dann ist es die Du an die Führung Wenn du den exklusiven Preis von Charlie Muffin So herausfordernd Mein Spiele Ah Ah heute ist mein aim aber richtig kacke da bist du 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 da alles kaputt gemacht ist nicht cool ist irgendwie wie hitman hoch zwei man muss schon etwas nachdenken ja bei hitman ja ja stimmt ich weiß halt auch nicht wie das funktionieren soll dass wir alle bekommen in der maskenwerkstatt erwischt ich will auch meinen spaß also kann ich hier gar nichts machen wenn ich aber aber wie kann ich denn verhindern dass er stirbt dass ich halt bei ihm reinkommen ich vermute dass er wahrscheinlich irgendwas mit dem masken zu tun hat die wir halt für die party brauchen da fehlt der kopf wirst du brauchst einen roboter gibt es haben ach die braucht eine batterie okay ich hole die batterie weiß noch nicht wo ich eine batterie her bekomme aber doch ich habe eine idee wo ich eine batterie her bekomme das das Was? 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 Ist da jemand? Was? Hallo? 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 Hoffentlich nicht cold. Hoffentlich nicht cold. Hoffentlich nicht cold. Da war eine Frau. Da hat man eine Frau gehört. Du hast verpennt, Neftys. Kein Problem. Wir haben noch nicht viel, viel gemacht. Wir haben noch nicht viel herausgefunden. So. Wenn ich mich... Okay, warte. Ich muss, glaube ich... Hier alles... Alle Sachen... Wahrscheinlich... Finden. Moment. Ich fotografiere es mal ganz kurz. Für die Waffe. Die blauen sind wahrscheinlich schon gefunden worden. Komm inside. They are dying to meet you. Komm inside. Hier ist irgendwo eine Brücke. Hier. Ah, schade. Okay. Äh, hier wäre nämlich ein Geschütz. Zumindest am Morgen ist hier ein Geschütz. Oh, da ist ein Nulldings dran. Ähm, wo ich eine Batterie rausholen kann. Wir finden schon eine. Eigentlich könnte ich mir ja auch immer mal merken, wo die Leute halt so sind, ne? Ich meine, die sind ja immer am gleichen Ort. Björkklokken wird vorgelegt. Byster. Hier ist ein Quadrant. Amきます. Machen wir den Quadrant. Wir haben das nicht versucht. Hier ist ein Quadrant der Kapitel. Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt bekannt dafür. Ich bin jetzt nicht vielleicht verüğert. Die da sind ja auch nicht. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt nicht verm Peru. Wir haben keine Tolanstalt. Noch nie die drastricht. Es kann ja sehr viel. Ich bin aber nicht mehr zu Gast. Ich habe ausprobiert. Ich bin jetzt noch viel Frage. Ich bin jetzt nicht mehr so aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön für die Gesundheitswünsche. Danke, danke, danke. Hier tickt was. Was ist da nämlich? Oh nein, im nächsten Loop zurückkehren. Oh nein, ich hab was kaputt gemacht. Oh, schade. Okay, dann muss ich das nächste Mal zurückkommen. Müssen wir nochmal hier nachts hin. Wir brauchen aber immer noch eine Batterie. Das ist nicht gut. Du bist ja nicht glieder. Du, komm mit der Längelweg, zieh dir das nicht rein. Du, komm mit der Längelweg, zieh dir das nicht rein. Was war das? Warum so schüchtern? Du bist nicht ohne mich. Darf ich dich berühren? Da war jemand. Da. Hallo? 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 Äh, nur das Brot. Das Brot ist ja nicht glücklich. Mir geht's gut genug. Mir geht's gut genug. Hallo, Inu Asha. Ausgang? Nein. Heftiger. Schon gewusst? Black Reef wurde nach den riesigen schwarzen Korallenriffs benannt, die man um die Insel herum findet. Sie geben unseren Stränden diesen ganz besonderen Farbton. What's going on? Falls du mein Weiß gekommen bist, weiter geht hoch! Oh, oh, uh! ich weiß vielleicht wo der andere ist aber ich schließe da einfach mal random rein ist wieder sowas hier sind wir was das wird nichts muss den generator anwerfen ja wir müssen vor allen dingen auch darauf achten dass wir generator nicht kaputt machen nicht wahr okay dann wissen wir was wir das nächste mal machen müssen okay was für ein geräusch nicht bierig werden so dann gehen wir wieder vielleicht können wir auch können wir auch das hier mal machen ich weiß nicht ob wir da abends reinkommen so was gab ihr den namen black reef das weiß ich noch nicht vielleicht die nummer 8 so black reef ist ein üppiges fest für die sinne welches alles alles über treffende werk immer ragt in myriade anderer beispiele künstlerischen ausdrucks auf der innen auf der insel oh gott ich mach mal 5 hier siegel tragen stempel tempel stehen still wie nannten sie ihr ihr dem untergang geweihtes unternehmen keine ahnung das sind drei wahrscheinlich moment unser stimmel juwel was verspricht sich das projekt von black reef piraten schätze genau nummer drei die erleuchtung erweiterung der menschlichen möglichkeiten wahrscheinlich das habe ich gelesen so woher stammen ihre eigenen ihre eigenen namen nach die ganzen namen das hatten wir auch gelesen hier sie gehen zurück auf eine langvergessene fischersiedlung so harriet ist die torwächerin ein schleier liegt über der schwelle was werden wir entdecken wenn er sich lüftet unser eigenes spiegelbild die invertierte ebene noch mal 8 falsch äh vor der ankunft wer landete damals cold und igor 2 das haben wir auch gelesen was der ursprung von eon eine erweiterung von jagd schriftstücke über die nicht mehr bestehende initiative entdeckt von juliana blake was das nein woher stammt unsere siegel und tafeln naja das hat dr wengie mit 7 kreisbruch in der vergangenheit was war karlsbruch vor der ankunft von eon fischermarkt oder nicht alle richtig wir haben vier sachen die wir nicht richtig haben schade können wir ja wieder ausprobieren wir haben keine batterie gefunden ich hab noch gar nicht mehr nach der batterie geguckt bin ich ehrlich aber ich glaube auch dass wir am abend keine batterie finden sondern erst wieder morgens ok erst hier haben noch einen schönen abend sagte auch später später wie ich sie dürfen falsch sage ich glaube keiner habe ich das gefühl schönheitsschlaf ganze fünf sekunden ok weißt du das muss doch wahrscheinlich öfter machen ja wir finden die fragen tatsächlich als schriftstücke so müssen wir mal kurz die ausrüstung anreichern und zwar hier das hier opfern wir so das hier opfern wir ok große büchse können wir auch opfern eine wachen verursachen wasser aber ich bin sagt schlag schon ja wer ist opfern so das hier können wir auch opfern manche brauchen wir halt mehrmals ne offene gegner leiden schaden und verlieren noch mehr kraft er leist weniger schaden wenn leute in der nähe sind das will ich auf jeden fall haben du bist schneller darin gegner mit bloßen händen auszuschalten und deine dritte verursachen heftigen schaden ist auch gut mach nochmal schnell leider da war betonkopf schon ne war betonkopf noch na guck mal konnten alles anreichern genau es bleibt immer irgendwie was hängen so ok dann gucken wir doch mal was haben wir denn so das mit frank wir können die schwarze von frank können wir finden das machen wir so explosive heilung habe ich gar nicht ausprobiert so 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 Okay. Gehen wir so rein. Sagt immer Lehrer zu mir auch mal. Irgendwas bleibt eng. Das war wirklich nicht notwendig. Du bringst also deinen Freund um. Wie fühlt sich das an? Warum hättest du nicht einfach die Klappe? Oh, so nirrisch. Was ist? Hast du einen Kater? Nein. Ich weiß ganz genau, dass du jeden Morgen mit Heimer aufwachst. Oh nein. Stell dich mal vor, der Tag, vor dem Tag, wo alles sich wiederholt, geht ihr so richtig, richtig viel trinken und habt dann euer Leben lang jeden Tag einen Kater. Das ist ja schrecklich. Das ist schrecklich. So, ich muss ganz kurz auf die Leute. So. Pippi machen wir jetzt auch irgendwie ein Loop. Das stimmt. Immer das Gleiche. Start euren Tag mit erbrochenem Hemd. Der kommt drauf an. Ich finde es, glaube ich, schlimmer, mit einem Kater aufzuwachen, weil es aber auch ein Hemd kannst du halt ausziehen. Ich liebe den Klang des Chaos. Au! Auskampen? Nein! Häftiger! Bin dir weit voraus! Oh! Er muss hier... Da bist du! Zertimmern! Da sind wir orden! Oh! Er... Oh! Ich bin ich gerade! Ich bin lieber! Ich bin egal! Ich bin lieber! Ich bin lieber! Oh, ich bin lieber! Ich bin lieber zu Hause! Jetzt werden ich in den BergenID wird! Ich bin lieber zu Hause! Bette und alles aber zu Hause! Ja! Ja! Mach die mal auf! So ein ätzender Streich, oder? Dankeschön für die Gesundheitswünsche. Brauch ich nicht. Vorsicht! 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 Oh, was ich eigentlich gar nicht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, du kommst mal, Wanns! Die Klingel ist so schön harmlos! Ja, ja. Was? Das ist Frank? Nee, ich wollte gerade schon sagen. Was ist denn hier hoch? Das ist nicht gut. Ich hätte gerne so eine Fähigkeit, wo ich sehen würde, wo die alle sind. Was ist hier? Willkommen bei Plumbermore, Frank! Halt mir versagt, deine kräftigen Hände cold! Bei mir warnt nicht neu gefürfelt! Schönen Franks, also dem Cloud öffnet sich nur für Leute mit einem Class Pass, den man raus und von einem Verteiler erhält. Aber wer einen Class Pass trägt, kann keine Tafel benutzen. Zufall oder Verschwörung? Wir haben noch irgendwo. Wo? Irgendwas? Da ist die Batterie nämlich. Nun, aber.... raus ... Dann... irgendwo haben wir noch einen class pass also wo wir mit dem class pass rein müssen das war gar nicht mehr wo in charlisburg ich glaube in charlisburg wie kannst du mitnehmen ja aber du kannst nicht anreichern kannst du nicht nein du kannst du nicht wie eine waffe mitnehmen mussten die ganze an der hand tragen und dann wechselt dann lässt man dass man los quasi ja 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 Wie hört es sich so an, als ob ich mal pinken würde oder so? Achso, deswegen. Weil tatsächlich jemand pinken killt. Danke. Oh, hier gibt es so viel zu erkunden, das ist so geil. Oh, hier gibt es so viel zu erkunden. Was? Guck mir alles an, natürlich. Brauche ich nicht. Ne, war es schon, ne? So, nicht hier. Ich bin in den Code und schalte es ab. Will ich hier? Ah, okay. Ich hab's doch gerne einmal. Vielleicht raucht mir auch so ein bisschen der Kopf, wie wir das hier alles, wie ich mir das alles behalten soll. Aber es ist ja gut, dass alles da aufgeschrieben wird. Deswegen hoffe ich, dass das quasi meine Rettung sein wird. Das Schreiben ist das hier. Hi. Ich geh da noch in Höhe. Ich geh da noch in Höhe. Ah! Ah! Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. Das Ganze hier habe ich dann in meiner Fahrt. also der ist verschwunden batterie ohne spaß ohne pass frank du paranoider pisse ich habe deinen sicherheits scheiß genauso eingerichtet wie du es wolltest weil das jetzt scheinbar meine aufgabe ist und weil kohls erfahrungen und sachen sicherheit gerade mal dazu reicht leuten das hirn weg zu pusten in dem ziemlich unwahrscheinlichen fall dass du scheiße baust und den alarm auslöst ist unten im maschinenraum ein notschalter der code ist bei mir versteckt du kannst ihn haben wenn du dein versprechen erfüllt hast solltest mir du solltest mir doch du weißt schon was für du weißt schon wann besorgen zackig man ich habe nicht wenig ich habe nicht ewig zeit hat doch ewig zeit war nicht morgen zum zahnarzt das schaffst du will der helfen rein Eine Rundung. Mir geht's gut. Wenn er es mir seinen Porsche voll tanken? Nein. Und ... Kann ich hier durch? Okay. Gut. Haben wir das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann ich mir unsichtbar machen. Komme ich wahrscheinlich nur mit. Nur mit diesem Band rein, würde ich vermuten. Ah ne, doch nicht. Okay, klar, du bist der Boss. Ich dachte einfach, heute würde es klappen, weißt du? Ich dachte, fuck, weiß auch nicht, irgendwas fiel da, verdammt. Die Show heute Abend wird sicher der Hammer. Oh. Spine cold, der Alkohol braucht auch morgen noch Abnehmer. Frisches Tate, Tate 33. Weißt du was? Noch mal. Ja, wie auch immer, ich muss hier weg, morgen um dieselbe Zeit. Hm. Ich hab mich gefragt, ob du mich verwirklichst willst. Ich hab dir gerne an dich geglaubt, aber jetzt bist du hier. Oh. 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 jetzt jetzt haben leute ganz viele dankeschön mit wieder ein geschenk sagt vielen vielen dank dankeschön magazin ist voll danke 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 versteckt sich wie ein mädchen also sorry also solche aussagen die lassen alles mädchen ist immer verstecken oder was was soll das denn jungs kann sich genauso versteckt mit mädchen mädchen sind die schwächer superiert ist aber das ist für eine tolle waffe du kannst sogar besser verstecken ich habe früher immer gewonnen du bist ein kracher diese bühnenpräsenz du hättest sängerin werden sollen ich bin voll durch okay ich erzähle dir mal was bei meinem ersten feuerwerk habe ich diese die schlappigen dinger total verhunzt die stecken so fest wie der richtig festheben hat mami verboten mit feuer zu spielen die klappen sabotieren okay ich hatte echt keine ahnung habe ich immer noch nicht komm er hat mir geholfen das tut er oh selbstvertrauen kommt durch erfahrung du bist noch jung bleibt locker wir sind gleich alt okay da haben wir herausgefunden dass wir die klappe sabotieren müssen manchmal echt man muss halt echt viel machen für so eine kleine für so eine kleine information die man aber braucht okay alles kröner ist alles kröner ist Wer läuft hier nackt im Stream rum? Hallo, Pico-Loxo. Ah, wir können doch nach hier oben. Da war ich noch nicht. Ich nicht. Nur mit Klaas Pass. Ob ich das so glauben kann? Oh, hei. Sind wir denn jetzt hier? Ich finde ja krass, wie die Level so groß sind. Dadurch, dass sie halt so in die Tiefe gehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist nicht gut. Hallo? Oh! Dad, Dad! Hj Successen. Na! Na! Oh Gott. Ich bin dran! Puh! Kannst du eine Kaufempfehlung geben? Mache ich nicht. Ah, genau. Wird ja im Chat schon erklärt. Aber mir macht es sehr viel Spaß. Und es ist halt wirklich was anderes. Also, es geht hier halt nicht nur um Rumgeballer, auch wenn wir gerade sehr viel rumballern. So, man muss halt auch echt überlegen, was man so als nächstes macht und so. Es ist halt tatsächlich so ein bisschen wie Hitman. Aber ganz anders. Das ist schwierig zu beschreiben. Ich fühl's das Gametay an. Sehr gut. Aber ist ja auch der geile Controller, ne? Kein 0815-Shooter. Nein, pass ja. Ich habe jetzt M13. Okay. Okay. Das hat bestimmt auch irgendwas zu bedeuten. Ich weiß aber nicht was. Und da ist auch was, aber das ist unten. Du kannst das tatsächlich nicht als 0815-Shooter ausgeben, ne. Oh Gott. Nicht irig werden. ist hier oben noch irgendwas was ich noch übersehen habe was ich an infos mitnehmen könnte ich kann halt begrünte dächer im sommer kein abschluss bis jetzt nein es gab kein update es gab halt nur ein update von der playstation selber können wir verkaufen ja wir können die auch behalten ist man gleich mal gucken so dann gehen wir wieder mal gucken welchen weg danke schön so ja 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 so haben wir morgen genutzt sehr gut weil ich habe so ein knoblauch und so dieses die sichern wir auf jeden fall so gucken wir doch mal die hier so und ich habe gerade die noch bekommen die könnte auch noch anreichern ja oder pass auf noch eine wenn du ein gegner verwundet wird die zeit bis zu seiner heilung stark verlangsamt reduziert die streuung der schüsse aus seiner hüfte enorm gegner erledigen und dabei cool aussehen als viel schneller nachladen über macht den meister natürlich alle so den können wir auch schützen und schibitzen du erhältst mehr munition wenn du nahkampf tötest schön party löwe haben wir party löwe ja party löwe haben wir schon tonkopf haben wir glaube ich auch schon so dann können wir die hier auch opfern haben wir noch ja dann würde ich die noch sichern schützen und schibitzen würde ich auch gerne haben dankeschön alissa für fünf shops vielen vielen dank dankeschön vielen dank dankeschön für den support der loop ist ein tag der es wiederholt unterteilten tageszeiten deine aufgabe ist es so viele informationen wie möglich zu finden um den perfekten plan auszuarbeiten um acht an einem tag zu töten das ist so mal die kurzform es ist aber wirklichkeit noch ein wenig komplizierter ja genau also das ist genau das du musst halt den perfekten loop finden um den loop zu brechen der loop ist an verschiedene sachen gebunden und die musst du halt töten in einem loop um den loop zu brechen und bei dem spiel geht es halt darum das wissen macht es und je mehr du weißt umso mehr kannst du quasi mehr kannst du kommst du deinem ziel näher also beispielsweise versuchen wir herauszufinden wie wir jemanden töten können ohne dass wir da sind durch irgendeine sabotage und so so warte schnelllader schnelllader macht doch beispielsweise hier noch sehr viel mehr sinn wenn wir den hier drauf packen so was macht ihr so und dann kommt hier jetzt sieht die streuung der schüsse schüsse aus der hüfte enorm kommt hier der schnelllader drauf der hier auch und der rückstoß so und hier kommt die streuung drauf dankeschön alissa vielen vielen dank für deinen geschenk sub vielen dank dankeschön die schrift ist ein bisschen zu dünn oder geht so ein bisschen unter von denen von den alerts oder habe ich das gefühl so und dann hintergrund ab mal mehr mal weniger so jetzt haben wir hier den abschaltcode für franks sicherheits themen sein in seinem anwesen auf auch mir das so und jetzt ja aber was auf jetzt mittag jetzt ist schadens fabrik sowieso schon hochgegangen das heißt wir können da sowieso jetzt gerade nicht mehr weitermachen weil wenn ich bin schadens fabrik hochgeht macht der frank kein feuerwerk das heißt wir können jetzt sowieso was anderem nachgehen was war das hier noch mal zu bett kann eine auch wenn die zugeschränkte einladung erstellen der perfekte haken für einen saftigen köder sollte es versuchen okay das nachmittag was hier und jetzt mittags das hier ist mittags wir könnten 44 sachen nochmal durchsuchen könnte aber unser tod sein hier ist die signalstörung die steuertafel aufdecken mittags oder nachmittags das machen wir mal weil ich herausfinden möchte wie die 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 Ist das etwa der Moment, in dem die anderen kurz nachdenklich werden und Fragen stellen? Eigentlich ja. Das ist, was du tun solltest. Tja, nun. Diesmal brauche ich dich nicht. Ciao. Irgendwann vermisst du mich. Bezweifle ich. Ich guck mal ganz kurz, es müsste noch einen anderen Weg rausgehen. Ich guck mal. Ich guck mal im Hintergrund ab, mal mehr, mal weniger. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. ich hab mir einen roboter eingegriffen ich habe es gerade gehört hat wer gesungen ich wollte vielleicht ein kleines mir geht's gut genug so wir müssen jetzt herausfinden wie wir diese steuerungskonsole ich mag die waffe so genau wir müssen das hier irgendwie einer von euch hatte auch die idee mit der antenne aber wir kriegen halt nur igors labor aber warte mal kann ich mich dann durch porten das war doch aber das ist nicht schlimm wir müssen die sachen vorher war das falsche was ich angewählt habe jetzt sterben wir hier weil weil ich hier so fehler mache ja 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 ich werde ich werde ja 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 wir müssen den değer sprechen. Das ist unsere Aufgabe. Irgendwie drinnen wahrscheinlich, ne? Brich den Luf, genau. Brich den Luf. Okay, ist alles aus? Schon gelesen. Schon abgespielt? So warte, wenn das jetzt alles aus ist, ist die jetzt wieder da? Nein. Okay. Kein Bug, sondern ein Feature. Du hast die Effekte deiner Tafel auf ein unbelebtes Objekt angewendet. Jetzt fragst du, wie man das wieder aufheben kann? Gegenvorschlag. Lass die Finger davon. Ich schau mir deine unsichtbare Steuertafel später an. Vielleicht kann das, was du getan hast, wiederholt werden, und zwar gewollt. In der Zwischenzeit müsste ein Notifizierer die Tafel für heute außer Kraft setzen. Leih dir so viele du willst. Weißt du was? Verhalte sie einfach. Mit freundlichen Grüßen. Evans. Okay. Mhm. Da spielt eigentlich ein Koop, wenn ich mich recht, war das ursprüngliche Konzept, dass ein Spieler Code und der andere Spieler Juliana spielt, oder nicht? Nein, das ist kein Koop, das ist PvP. Juliana will halt den, also du kannst halt, das ist ein Invasion-Modus ist das. Das war C-303, ne? Ich bin die Zukunft, Igor. Igor. Igoraphobie. Aber ist dann immer noch die normale Story-Kampagne, oder wie läuft das ab? Äh, du kannst es einstellen. Ich zeig dir das gleich. Ich hab Singleplayer an. Du kannst aber, du kannst aber auch einstellen, dass du Multiplayer spielst. Und dann gehst du halt wie bei Dark Souls in andere Welten rein. Von anderen Spielern. Ja. Und. Genau. Es hat eine Invasion. Brauche ich nicht. Du, 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 du. Ich bin jetzt mein Typ. Also ich spiele quasi offline im Moment. Und ganz kurz. so und zwar hier da steht single player modus du kannst halt immer zu online wechseln gold 1 wissenschaft 0 bis dann auf der party ego so jetzt geht ego halt auf die party und dann könnte man ihn da töten genauso wie alexis so man kann hier zu online wechseln dann ist man im online modus das heißt andere spieler können momentan als juliana in der zeitlinie eindringen und salvia zu spielen schütze muss man halt auf schütze den look gehen genau und dann kannst du auch noch sagen dass halt nur freunde reinkommen dann kommen halt leute ins spiel genau habe ich aber nicht ausprobiert im single player kommt dann halt wird juliana als npc immer mal wieder auftauchen ich hatte jetzt halt doch keine lust dass ich mir einen run kaputt machen das so von irgendwem da bin ich noch nicht so weit ich da lust zu hätte aber wir probieren den multiplayer auch noch mal aus aber erstmal möchte ich die story durchspielen